Ahoi Leute und willkommen zurück zum nächsten Part von Assassin's Creed, nicht von Assassin's Creed, von Grimdor natürlich. Wir sind gerade in Devil's Crossing mit dem Fisch und wollten jetzt die Quests noch abgeben, die wir haben und noch die übliche Händler-Scheiße und den Dreck. Ja. Ahoi, ich bin auch dabei, wie immer. Ich kann auf diesem Handy gar keine Stoppuhr einstellen. Oh, ist das ranzig, Alter. Ich nehme es übrigens mal mit Shadowplay auf von NVIDIA und guck mal, wie das hier so aussieht. Wenn es nicht gut ist, dann ist der Fisch schuld. Immer der Fisch. Ja, ich bin sowieso schuld. Ja, immer. Also, falls ihr den Schuldigen sucht, ne? Das war immer der Gärtner. Wenn ihr eine richtige Arbeit, richtig hart verkackt habt, dann sagt ihr einfach, das war der Fisch. Okay? Gut. So, ähm. Danke. Ich bin in der Aufnahme. Hör auf, mir zu schreiben. Ich weiß übrigens nicht, wie man bei diesem Handy, äh, den Ton ausstellt. Warte, doch, weiß ich. Auf welchem Handy? Ja, ich hab ja nicht mehr meins. Hast du es von einer Freundin geklaut, oder was? Ja, das alte. Achso, das alte. Ich dachte, du hast es neu geklaut. Ja, das hätte ich gerne. So, dann verkauf mir den ganzen Scheiß noch. Ich hab nur eine andere Hose angezogen. Und, ähm, ich hab jetzt mehr FPS laut dem Dings. Also, ich kann auf jeden Fall mit 60 FPS spielen. Das ist gut. Es ist auch flüssiger auf jeden Fall. Das ist gut. Der Sound hat sich ein bisschen komisch angehört. Da muss ich nochmal gucken. Also, es geht. So, man kann damit leben. So, dann riet ich mal mit dem... Koch hier oben. Ich geh mal zum anderen Händler und guck, was der noch so an Waffen hat. Well, es ist nicht mein Safer. Ich kann nicht genug bedanken. Ich bin endlich geklaut für andere Leute. Hier, hab ich ein bisschen von meinem Züb. Ich könnte ein bisschen Salz benutzen, aber ich habe ihn mit mir, und meine Schäden, für kaum mehr Gehäuse nur. Begebracht. Kommt irgendwann mal zurück. Ich habe ein paar alte Geschichte, die dir erzählen, wenn du eine von mir... Naaah. Äh, where would you find this guy? He would make soup of stone, if you asked him to. And I reckon would... So, taste them fine. Rock soup, eh, it's better than what you've been serving. We got the Joker and the Emblems now, eh? Okay. Der neue Koch ist, äh, wohl gern gesehen hier. Aber der andere nicht. Ach, da oben können wir die Quests abgeben, aber wir haben doch gar nicht, äh. Drei Fabrik. Und dann, oder Fabrik. Dann drehen wir es immer mit dem Chef hier auf. Was wolltest du sagen? Äh, mach du mal. Äh, ich lese mir gerade Waffen durch. Ich bin abgelenkt, sorry. You've found a Riftgate in Burlwidge. Äh, what's the situation of the Swarming with blah, blah, blah. Äh, falls ich lesen wollt, hier pimpelt sich alles. Hast du noch an was Chaos Damage ist? Ja, ein extra Schaden. Wie kann ich ihn finden? Äh, we need to find this man. Ist halt irgendein, ist halt so wie Feuerschaden, Eisschaden oder so, was ein extra Schaden sagt. Okay. Warden Creek, oh, Warden, Warden Creek ist extrem beschissen übrigens. Äh, I will end the world's life. Ja, müssen ihn umbringen. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, ey. Ich lass die überhaupt erstmal da. Äh, except, was auch immer. Okay, ist dann die Kreis abgebild. Wohin wir sollen? Und jetzt müssen wir nach Burlwidge Village. Bin ich grad hin? Äh, ich hab übrigens außerhalb der Städte mehr FPS, wenn das Portal nicht in der Nähe ist. Ich hab jetzt eigentlich nur... Also ich hab hier wieder Fairs. Äh, 20 gerade zum Beispiel. Oh, glaubst gar nicht, wie geil das ist. Also du sollst jetzt auch unbedingt mal, äh, zumindest mal ausprobieren, wie das ist. Ich beklebe, wie das funktioniert. Das ist leichter als Fraps. Wow. Okay. Oh mein Gott, 20 FPS, 13, 14, wow. 40. Also, die FPS sinken hier in der Städte auch, aber ich hatte auch schon... Also ich hatte auch, dass meine FPS ohne Aufnahme gesunken sind in manchen Situationen. Aber es läuft schon in manchen Situationen flüssiger. Also hier fällt es jetzt nicht so krass auf, aber... Ja, vor allen Dingen jetzt so, wo du da noch deine Horde bekämpfst. Ich meine... Oh mein Gott, Alter. Ich sterbe gerade. Ich war gerade kurzzeitig One-Hit. Machst du ein Portal? Das andere Portal ist schon nur zwei Meter weg, aber okay, hab ich gemacht. Hallo, ich möchte hier vorbei. Perfekte Scheiße. Ich habe gar keine Ahnung, wenn mir die Tasten waren. Äh, wir nehmen übrigens... ...Montag auf. Das heißt, diese Folge kommt Donnerstag. Donnerstag? Kurz noch einen Plan angucken. Donnerstag? Ich habe einen Laser-Screen, 40 FPS. Aber dass du mehr FPS hast, liegt wahrscheinlich auch daran, dass du eine bessere Grad... Oh, ich bin gefragt. Was? Die können es dann? Ja, also, das kann schon daran liegen, aber so schlecht sein jetzt auch nicht. Nein, das wird nicht nur daran liegen, das wird mit daran liegen. Gott, Alter, ich muss... Ich muss hier gerade Heiltränke nehmen. Hier ist die Tür in den Keller, da können wir später reingucken. Das war gerade vielleicht noch mehr. Ich habe übrigens nur zwei Heiltränke. Ich habe auch nur noch 17. Ich habe schon jetzt was Scrapped für dich. Oh, ich bin gelevelt, merke ich gerade. Ich bin gerade fast gestorben. Bin bei Hälfte vom Level. Äh, Physik-Skillen, wie immer. Den Mutantenarm habe ich mal behalten, weil ich den cool fand. Und, äh, hier. Was ist denn das? Recrizer-Shield. Oh, hier habe ich keine Ahnung. Jum, 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 jum. Also, auf jeden Fall, öppen wir hier einen rein. In Arkane ist, können wir noch hier einen reinpacken und machen wir das auch noch an. Was auch immer das ist. 20 FPS, boah, ist das ekelhaft. Ich sollte wirklich mal mit Shadow Player aufnehmen. Du erklärst mir einfach gleich kurz, wie das geht. Und dann mache ich das. Achso, das ist einfach nur eine Shadow Ration für kurze Zeit. Das geht ja. Ähm, wo bist du denn? Bin nach unten gelaufen. Okay, warst du in dem Haus hier schon drin? Ja. Oh, jetzt eine Hintertür noch, die du nicht aufgemacht hast. Dann treffen wir uns hier. Hallo? Ich bin gleich tot. Gibt es hier schon Fabric oder gab es etwas erst später? Keine Ahnung, ich brauche übrigens Heiltränke. Kauf dir welche. Ja, ich muss durch eine Stadt. Selbst ohne Monster habe ich 120 FPS. Ich habe gerade 60. Okay, ich brauche kein String Shadow Player. Du hast das schon. Ist das dieses Programm, das auch automatisch aufnimmt? Ja, aber das hast du ja nicht an. Also es musst du erst anschalten, das es automatisch aufnimmt. Ist das cool? Ja. Ist voll geil. Also es speichert ja immer die letzten fünf Minuten. Und wenn du, also halt dauerhaft und wenn du die fünf Minuten behalten wirst, musst du einfach nur eine Taste drücken. Ist ein kleines Versteck noch. Wollen wir erst hier lang gehen? Ja, vielleicht nur das Teil hier öffnen. Oh, hier ist das Grün, ist rausgefallen. Danke. Ich kriege natürlich wieder Superloot und ich kriege den größten Scheiß. Danke Spiel. Ähm. Also ich wollte, ich denke mal hier ist auch... Ja, Armstien, die ich überhaupt nicht benutzen kann. Armstien für dich, 47er. Mit Pierce Damage, Cold Damage, Cunning und... Eins, zwei... Leith Gambit. Leith Gambit kenn ich nicht. Ich auch nicht, ich will sie haben. Weiß ich nicht. Liegender. Oh, scheiße, oh, scheiße. Nur so ein, ich dachte, es wäre ein großer. Äther Crystals auch. Komisches Zeug auch. Da oben ein Staring Ember für dich. Boah, nervt mich, dass er sich Tiersachen erstmal aufheben muss. Ne, ist voll geil. Wieso redest du so leise? Ähm, mein Mitbohren ist gerade angekommen. Achso. Dann flüstern wir jetzt beide noch. Okay. Na, machen wir nicht das schwul. Ja, ich weiß. Was ist zu Leithel Gambit? Habe ich gerade auf dem Ring auch gekriegt. Das ist aber nicht erstmal im Update dazugekommen, oder? Was? Leithel Gambit. Was auch immer das ist. Glaube nicht. Ich kenne das gar nicht. Ähm. Gucken wir uns gleich mal die Armschienen an, wenn wir den Kampf hier fertig haben. Oh, fuck. Bin mal fast gestorben. Hier ist nur ein Untouched Mie, falls du eins brauchst. Hm. Brauch ich. Wo? Da oben. Also, hier. Ist bei mir ganz. Okay, dann bist du es wohl nur für mich gewesen. Alles kaputt treten hier. Oh, hier ist irgendwas. Kiste. Putration. Bei mir war da nur was zu treten. Äh, Gold drin. Aber ich habe auch mehr. Pfff. Hier ist so ein Eterding. Oh mein Gott, ich hau ab. Das schörst du das Eterding. Ich bin tot. Schnell. 50 HP übergebehalten. Ich renne erstmal in die Masse rein und dann die Alu schmeißt die weg. Ich habe echt einen super Skill. Ectoplasm. Okay, dann hast du das Ding kaputt gemacht, okay. Na klar, das mache ich mal zuerst. Ich würde es auch zuerst machen, wenn ich drin stehen könnte, aber ich bin dann in zwei Sekunden tot. Da hast du schon wieder Scrap, Alter. Warte, guck dir erstmal die Armschienen an. Dann hast du hier wieder Scrap. Hier hast du den Sharing Ember. Hier hast du Ectoplasma. Oh, hier ist überall zerstückelte Körper. Ist doch schön. Ist lecker, ne? Sacrificial knife of Physik. So, die Armschienen sind, äh, nicht so gut. Verkaufe ich einfach. Äh, Little Gambit. Willst du wieder haben? Nein. Ich wollte nur Asis, würde ich sagen. Pfff. Little Gambit. Bist du gerade am Kämpfen? Ich gucke mir gerade meine Skills an und gucke, ob ich irgendwo Little Gambit habe. Ich bin einfach wegge-stunt. Oh, hier ist auch was. Ascensors of the Spirit. Nice. Ich bin dort. Ich sollte eventuell nicht überall reinrennen, sondern ein bisschen hinter dir bleiben. Machst du mein Portal? Ist offen. Ich habe ein Laderscreen immerhin mit 44 FPS. Ähm, ich bin durchs Falsche wahrscheinlich gegangen. Wahrscheinlich. Ja. Nee. Hä? Bist du sicher, dass da eins offen ist? Ich stehe in deinem. Meinst du, es ist offen? Ja. Soll ich noch eins machen? Ich habe noch eins gemacht. Ich bin gerade durchgegangen. Jetzt bin ich hier. Oh ja, danke. Die haben mich angerufen und zurückgekommen. Ach, jetzt bist du vom Alpen rausgekommen. Ich bin übrigens fast gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin jetzt mal eine G520. Aber ich... Ich klicke schon wieder viel zu viel, aber es hilft gerade. Übrigens, falls du eine G520 willst oder so. Oder eine G500S. Keine Ahnung. Irgendeine ist gerade bei Saturn extrem billig. Ihr habt eine gute Maus eigentlich. Nein, das ist eine Tastatur. Achso, ne, da hab ich noch eine bessere. Welche hast du? G19s. Ich vergesse das immer, die gibt es gar nicht bei Saturn. Glaube. Es gibt auch andere komische Märkte wie Mediamarkt und eigentlich fällt mir kein anderer mehr ein. Obwohl Mediamarkt und Saturn sowieso das gleiche sind. Achso, ich hab bei Saturn schon welche gesehen, also die G19s gesehen. Okay, die hab ich nicht gesehen. Ich hab ein bisschen nach Kopfhörern geguckt und hab mal geguckt, was meine so kosten. Also die, die ich haben will. Oh, ich hab den Trapdoor gefunden. Was? Wollen wir da durchgehen? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Ich will erstmal das Gebietchen noch fertig machen. Na 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 na. Wohl, eigentlich können wir ja durchgehen, ne? Achja, eigentlich wollte ich ja Samstag streamen. Aber ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Ich war erst um eins zu Hause. Nachts? Ja. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin tot. Danke. Ach scheiße, ich hab meinen Heilträgen auf der falschen Taste. Deshalb. Ich hab jetzt meinen Heilträgen eines nach hinten gelegt, weil ich noch einen Schutzzauber bekommen hab. Ich bin auch tot. Ein Portal ist jetzt auch nicht mehr da, ne? Nein. Doch ist das. Doch deins ist natürlich nicht da. Warum ich bin gestorben? Ja, die bleiben. Die gehen nicht. Okay. Die bleiben einfach nicht. Hast du deinen Blast Shield an? Was für ein Blast Shield? Den Skill den du hast? Hab ich ja nicht geskillt glaube ich. Hast du geskillt? Hast du gesagt? Wo gibt's denn den? In deinem Skilltree? Level Gambit. Ich hab das. Äh. Wo? Blast Shield? Oh. Ähm. Okay, ich glaub ich geh da auch nochmal raus. Wie kann ich den anmachen? Ob wir ihn auf irgendeine Taste legen und die Taste zu drücken oder? Ich kann ihn auf keine Taste legen. Doch, kannst du. Nein. Wenn du ihn geskillt hast, kannst du ihn da rauflegen. Ich guck nochmal kurz, ob ich nach wie ich ihn geskillt hab. Ist auf 3. Jetzt geh ich auf 8. Mach da einen Rechtsklick drauf. Da steht Move to, Basic Weapon Attack, Pet Attack, Fire Strike, Stun Jacks, Flashbang, Slam. Tonic of Madding, Elixir of Spirit, Clean this, Quake Button Slot. Mehr steht da nicht. Ah, du bist sicher, dass du ihn geskillt hast. 100%ig. Auf 3, ja. Wie, auf 3? Drei Punkte hast du reingeskillt? Ja. Ist das ein, äh, runder Skill oder? Ja, das ist ein runder Skill. Dann ist das neu, weil als ich ihn hatte, war das immer noch ein eckiger Skill. Dann ist das ein Passiver jetzt. Okay, also funktioniert er automatisch. Ja, steht das doch da. Ja, als ich ihn noch gespielt habe, war das bei mir, also als ich damals die Klasse gespielt habe. Wo willst du hin? Wo ist das Haus rein? Ich laufe dir grad nach und du rennst gegen die Wand. Ja, ich dachte da so wie ein Weg rein oder so. Aber da ist gemein da unten. Hier würde ich nur 19 FPS. Oh, hier geht's durch. Nee, geht's hier durch? Nee. Hier geht's durch. Nein. Du musst doch immer durchgehen. Keine Ahnung, vielleicht durch den Keller. Wollen wir nochmal in den Keller gehen? Ja. Die ersten zwei Teile habe ich nur getötet, aber. Ich habe auch nochmal 10 getötet oder so. Hm, hm. Weißt du nicht. Doch die ganzen kleinen hier waren ja 1000 kleine, ey. Ja, die liegen hier immer noch. Also die... Also wenn es uns zusammentun geht, ist das auf jeden Fall besser. Sag du er und ging erst mal weg. Wer, ich? Nein, ich. Du bist doch zu mir gerade gegangen. Ja, aber ich war da vorher erst mal noch einen Blick weg. So. Ich bin tot, fast. Oh, 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 oh. Ich habe wieder einen Heiltrank. Mich verwirrt, dass immer wenn du... ...viecher wegstunst. ...viecher wegstunst. Dann... Ja, sorry, dass ich dich... ...dass ich dich überleben lasse. Ich denke, dann liegen... Ich denke, immer dann sind sie tot. Ja, also ich kann sie auch... Ich kann sie auch stehen lassen, dass ich hier kaputt klappe. Also ist sie nicht das Ding. Also ich möchte schon lieber dann sterben. Ja, okay. Oh, wenn man durch die Foodration rennt, nimmt man die automatisch auf. Ja. Das ist schwul. Oh fuck. Da kommt einiges. Ich renne erstmal in die andere Richtung, weil da weniger sind. Also hier ist alles tot. Ja, auch so weit. Also beim Zurücklaufen wäre der Weg offen. Ich hatte grad 65 HP. Hab ein Schild gefunden. Du bist ein Schild werden, ne? Ja. Genau wie ein Skyrim. Wer ist ein Skyrim? Kein Schild, Mensch. Jeder andere Spieler. Ernsthaft? Ich hab zum ersten Mal als Schilder benutzt in Skyrim. Ich hab immer Schilder benutzt. Weil ich sonst sofort... Naja, nicht sofort verrecken, aber halt schon ziemlich schnell. Also ich hab immer Assassin in Skyrim gespielt. Ich hab Skyrim nie wirklich lange gespielt. Ja auch nicht, aber... Also... Doch ein bisschen, aber... Jetzt hab ich es ziemlich lange gespielt. Das weiteste, was ich war, war bis zu diesen komischen Männern auf dem Berg. Ja, das ist doch nicht weit. Diese Hauptquest macht man eigentlich nicht. Ja, aber weiter... Ich hab noch nie weiter gespielt. Ja und? Und ich hab die Dunkle Bruderschaft einmal angefangen. Auf Konsole. Auf Konsole hab ich die Dunkle Bruderschaft durchgespielt. Die Gefährten durchgespielt. Äh, die Hauptquest halb. Weißen wir hier wie... Ach, jetzt sind wir da gut. Aber wir kommen jetzt trotzdem nicht dahin, wo ich hinwollte. Dann müssten wir, glaub ich, von der anderen Richtung hin. Aber der Part müsste doch lange noch vorbei sein. Also wir hatten vorhin noch 6 Minuten, als ich gekocht habe. Und jetzt sind es noch 30 Sekunden. Okay. Dann können wir schon mal in die Richtung da gehen, oder? Ich folg dir einfach. Ich glaub ich krieg irgendeine... Du hast so einen Waffenskill, ne? Ja. Ja, den krieg ich auch, wenn ich hier daneben bin. Aber da muss ich richtig nah sein. Das ist voll ekelhaft. Oh, fuck. Da bin ich versehentlich reingelaufen. Naja, da kommt noch einer. Das ist der Timer, wie man vielleicht hat. Und dann würde ich sagen, ich hole der Party in den Fall weiter. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Tschüss. Scheiße, muss ich dich aufnehmen, warst du da?